Grüß Gott, nehmen wir an das Stück Spiele in einem Hotel, eine Hotelsuite mit Aufenthaltsraum, Couch, Tisch, Lampen, Bilder, zwei große Doppelbetten, ein Schreibtisch. Nach hinten zu geht es ins Bad, draußen Palmenwedel wie schwarze Knallen im Nachthimmel. Von irgendwo her klingt Musik von einer kleinen Kompongeschmied. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020